Hallo ihr Lieben! Ich habe ein Paket bekommen. Und zwar von der lieben Jasmin. Danke, 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 danke Jasmin. Wirklich. Ich freue mich super. Es ist so toll. Ehrlich, das ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Es ist so toll. Ich freue mich. So, ich habe ganz, 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 ganz viele Sachen bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade so sprachlos, weil du mir die ganz, ganz vielen tollen Sachen geschickt hast. Ja, du kriegst auf jeden Fall was zurück. Auch ein ganz tolles Beauty-Paket. Gut, jetzt will ich erst mal preisgeben, was die liebe Jasmin mir alles geschenkt hat, weil ich das so toll finde. Zum einen ein Concealer von der Marke 11. Die kannte ich vorher noch gar nicht. Also ich bin echt gespannt. Und der Concealer, der riecht nach Orange. Der riecht echt nach Orange. Total heftig. Also wie kann ein Concealer nach Orange riechen? Ja, den Concealer habe ich bekommen. Dann ein Lipgloss von Rimmel. Der heißt 174 Glimmer. Auch total toll. Oh, ich liebe ja solche Lipgloss. So milchig-rosa. Da ist auch ein bisschen Glitzer drin. Oh, toll. Und dann noch ein Lipgloss von 11. Ich hoffe, ich sag's richtig. Also ich spreche's richtig aus. Ja. SPF 15 heißt die Farbe. Auch so ein ganz tolles Nude. Der riecht auch ganz toll. Oh, total lecker. Erinnert mich an Geruch aus meiner Kindheit. Super. Ich bin gerade total verblüfft, was für tolle Produkte das sind. Ja. Lipgloss. Dann... ein... 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 Pigment-Lidschattenstift... von BL. Kenn ich auch nicht. Ich mach mal ein Swatch. Oh, wie toll. Das ist so ein ganz tolles Rosa. Das könnt ihr jetzt voll schlecht erkennen. Das schimmert auch. Schade, dass ihr's nicht erkennen könnt. So ein Lidschatten... Puder. Oh, klasse. Dankeschön. Ähm... Ja, als nächstes. Aus Amerika. Von dieser Hip-Marke. Also... das amerikanische L'Oreal. Da hab ich hier so ein, äh... Ich hab's vorhin mal aufgemacht. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Ich mein, da steht ja drauf, äh... Pigment-Shadow-Stick. Aber ich... Ich kannte das vorher gar nicht. Das ist hier so ein, äh... So ein Stift. Den kann man hier so aufmachen. Und da ist hier so schon die Farbe. Total cool. Ich mach mal ein... Swatch. Hier. Das ist so ein Gold. Oh, richtig schön. Schön. Ich freu mich richtig. Das ist so toll. Der hat die Farbe... Wo steht denn die Farbe drauf? Hier steht... 858. Da. Ich denk mal, das ist die Farbe. Wird dann hier so reingemacht. So. Und dann kann man den wieder in die Verpackung machen. Voll cool. Kannte ich vorher noch gar nicht. Ähm... Ja. Jetzt hab ich noch hier so ein Hip-Baby-Sanft-Waschkehl-Haut und Haar bekommen. Oh, ich liebe so Baby-Zeug. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Cool. So. Und dann hier noch von 11 ein, ähm... Ein... Ein... Ein Rouge. Ein Rouge. Ich pack den mal aus. Also mittlerweile mag ich die Marke 11 schon echt gerne. Das ist hier so ein Ding mit so einem Gesicht drauf von der Frau. Und hinten ist so ein Magnet. Das kann man also in die Palette machen. Total cool. Das hat die Nummer... 2705. So Farben mag ich ja total. Oh. Dann noch hier von Jade Maybelline. Ähm... Cool-Effekt. Cream-Eyeshadow. Hatte ich auch noch nie. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ähm... Ja. Total schön. 18 Eyes Princess. Oh, wie schön. Und dann habe ich noch hier so einen coolen Eyeliner bekommen. Weil ich liebe ja Glitzer auch. Das hast du dir bestimmt gemerkt, Lasmin. Ähm... Ja. Das ist hier so ein Glitzer-Eyeliner. Ähm... Der hat die Nummer... 08. Diamond Shine. Voll cool. Ich mache auch mal einen Swatch. Oh. Da. Cool, 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 cool. Und noch ein... Ähm... Woher wusstest du, dass ich... Dass ich mal wieder einen brauche? Voll komisch. Ähm... Einen schwarzen Eyeliner... Kajal von Essence. Ich wollte mir echt die Tali jetzt noch einen Eyeliner kaufen. Und jetzt hast du mir schon einen gekauft. Dankeschön. Tschüss. 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 Und dann habe ich noch... Ähm... Da habe ich ja noch einen. Und zwar in so Gold. Und der hier ist in so Silber. Ein Eyeshadow Topcoat als Highlighter. Der ist auch total schön. Und dann habe ich noch so eine ganz tolle Seife bekommen. In Karamell. So ein Seifenbonbon. Der riecht auch total gut. Und noch einen Gutschein. Ein 5 Euro Gutschein. Ganz toll. Da werde ich mir bestimmt was bestellen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Und ich habe Abfüllung. 4 Abfüllung von Mac Pigment bekommen. Ich habe ja bis jetzt nur eins. Und jetzt habe ich noch ein paar Abfüllungen bekommen. Ich freue mich. Das ist so toll. Das ist einmal hier so ein Silber. Einmal hier so ein Blau. Und so ein Bronzeton. Und ein Türkis. Voll schön. Da hat sie sogar noch Bilder gemacht. Da sind die Bilder. Von diesen Mac Pigmenten. Ja, das war's. Ich freue mich total. Das ist echt super. Und Süße, du wirst auf jeden Fall auch ein tolles Päckchen bekommen. Ich muss noch ein paar Sachen besorgen. Aber bald geht's auf die Reise. Und ich hoffe, du freust dich dann auch so toll. Okay. Dann danke, Jasmin. Dankeschön. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss. Tschüss.